Der Scheinwelt dritter Teil. Schön, dass du auch hier wieder dabei bist. Ja, also, wir sind also im ersten Teil über die größte Wahrscheinlichkeit menschlicher Realität zur Wahrheit in der Natur gekommen. Ja, in einem Zeitalter, wo man nicht so richtig weiß, wo es eigentlich vorne oder hinten, oben oder unten spielt das eigentlich wirklich für eine Rolle. Und unter den ganzen Glaubenssätzen und Philosophien der nicht mehr einigen Völker über Generationen hinweg weiß der Mensch nicht mehr genau, wo er steht und woher er kam. Ja, und da helfen ihm unter anderem die Lehren von Paracelsus, der besagte, dass alles offen liegt und es quasi keine Geheimnisse vor dem Menschen gibt. Er muss selbst nur seine Sinne nutzen und genau beobachten und erspüren oder wie man dann später oder zur gleichen Zeit Paracelsus, also oder naja, ausgehend in der Zeit, in der deutschen Mystik, in der Menekultur sagte, auf Aventüre gehen, hinaus aus dem Haus, das bedeutet für den modernen Menschen das Sofa verlassen, das Internet ausschalten, am besten vielleicht sogar das Handy zu Hause lassen und hinausgehen und die Welt erkunden, zu schauen, wo bin ich und was bin ich und was könnte das Ganze für einen Sinn machen. Zu Zeiten hartmann von aus, zu Zeiten auch Paracelsus, noch zu Zeiten unserer Ururgroßeltern sogar, wo zwischen ein wirklich nicht unerheblicher Zeitraum liegt, möglicherweise, war es noch relativ leicht für den Menschen auf Aventüre zu gehen und die Welt zu erkunden und ihre Geheimnisse zu erspähen. Aber da draußen, in den Zauberwäldern, die noch immer da und intakt sind, versteckt man sich mittlerweile vor dem Menschen. Es gibt Gegenden, da komme ich hin und bin höchst willkommen, da höre ich schon aus der Ferne das Lied Trillern. Der Tim kommt, der Tim kommt, da kennt man mich. In anderen Gegenden hingegen löse ich Entsetzen und Erschrecken aus. Da hat man von mir noch nicht gehört oder war unachtsam. Das Schwierige zwischen, ja, das Schwierige ist also das Thema der Elben. Ja, was ist denn heute? Erhalte mich wieder eine E-Mail. Ja, was ist denn eigentlich? Da gibt es ja auch noch die Elfen. Was ist denn da jetzt der Unterschied oder haben die sogar irgendwie was gemein? Das habe ich schon angesprochen in den vorangehenden Beiträgen. Mein neues Büchlein bzw. die neue, was ist denn das? 28-seitige Broschüre. Frönde von den verborgenen Geistern ist eine langwierige Arbeit von mir, aus den ältesten Quellen zusammenzuführen, wie denn eigentlich der Zusammenhang aller Dinge ist, zwischen Menschen und Elben, Feen, Zwergen, Riesen etc. Und das könnt ihr eben auf diesen 28 Seiten nachlesen und wie ihr an diese Broschüre herankommt, erfahrt ihr auf elbenpost.de. Der Titel des Heftleins ist »Fründe«. Das Schwierige ist, dass diejenigen Elben, welche aus unterschiedlichen Gründen in der Nähe der Menschen blieben, als die Elben auszogen, weil sie die Nachbarschaft mit dem Menschen nicht mehr ertrugen, da ist bekannt geworden, dass die Menschen, also die Elben wie auch die Tiere, die den Menschen am nächsten leben, seinen argen Gedanken unterlagen. Und teils auch aus der Einigkeit, also aus der Aka, aus dem Erdfeld, aus der Akasha-Chronik, das Akasha-Chronik kommt, habe ich schon gesagt, von der Akka-Chronik, das ist die Ecke, aus der später auch die Hexe wurde, die arme Mutter Erde, wo in allen Dingen, die alle beseelt sind, alles Geschehene, alles Je-Geschehene erinnert ist und auch jeder darauf zugreifen kann, jederzeit, fast schon an jedem Ort. Und so kamen wir zum Beispiel über die Zwerge im festen Leib in Notzeiten, die wohl zu den Walen und Venedigern wurden, die weltweit Aufsehen erregten durch ihre kuriosen Eigenschaften in kleinen Gestalten. Und die dann auch, wie der Mensch selbst, in seiner Nähe anscheinend ihre Aufgabe aus den Augen verloren. Die Vielzahl all dessen, was uns aus elbischer Vorzeit umgibt, ist wahrscheinlich so wirr, wie es unterschiedlich farbige Sandkörner am Strand gibt. Da heißt es von den Elben, dass sie selber kaum wüssten, in welch unglaublicher Vielzahl sie existieren und wie viele unterschiedliche Formen von Elben es gäbe. Ja, und auch das, was uns bekannt scheint, zusammenzufassen in meinem Heft Fründe. Da waren 28 Seiten wirklich sehr knapp. Ich musste es aber auf 28 Seiten herunterbrechen und habe dabei aber eigentlich nichts übersehen, glaube ich. Also nichts, was offiziell literarisch nachzuvollziehen ist aus ältester Zeit und Quelle. Wir kamen also aus der Wahrheit, die im Bild der Natur steckt, wo wir herausgehen müssen, in die Welt das Werk der Elben zu finden, zu beobachten, zu studieren und darin zu verstehen, wer wir sind, woher wir kommen und was denn unsere Aufgabe sei. Worauf ich im Tieferen später noch eingehe, weil diese kleine Reihe ist sozusagen eine Übersichtsreihe über das, was folgen wird. Sonst würde das sehr unübersichtlich werden in Beiträgen wie diese, die ich jetzt hier gestalte. Sie sollen quasi eine Art große Einleitung sein. Wir finden also die Wahrheit hinter dem ganzen Chaos, das uns umgibt in der Natur, im Wachstum der Pflanzen und auch in den wilden Tieren. Die wilden Jäger, Tiere, die andere Tiere reißen, sind das materielle Sinnbild des Egos und der Schwierigkeit, das Feste mit dem Feinen zu verbinden. Alle anderen Tiere, die Pflanzen und die eben Pflanzen essen, gehören quasi zu der ursprünglicheren, reineren Gilde der Elben. Wohingegen dann der Löwe oder auch der Hund, der Wolf, der Fuchs, viele Raubvögel dem Menschen gefolgt sind, beziehungsweise von der Kraft dessen, die dem Menschen aus der Einigkeit trennte, unterlagen und mit in diesen gefährlichen Strudel gerissen wurden. So finden wir quasi in jenen Tieren in der Natur Waisenrat und Schauspiel. Merkt euch das Wort gut. Wir finden in den reinen Tieren, die nicht einander reißen, die im Kreislauf der Pflanzen der Natur leben, Rat im Schauspiel. So wie die späten Ritter, die also keine richtigen Retter mehr waren in der Minikultur, die ausritten, um auf Aventüre zu gehen oder einander im Streit oder im Kampf zu prüfen, was schon aus der Zeit stammt, in der die Welt schon fast unaufhaltsam oder die Menschheit unaufhaltsam in das hineinrutschte, in dem sie heute festklebt. Wir finden also heute in den Vögeln und in den nicht reißenden Tieren um uns herum viele Botschaften, die an uns gesendet sind. Sie reflektieren Mutter Erde und sie reflektieren auch den Menschen. Das heißt, die Dualität des Wirkens zwischen der Urnatur und dem, was zur Urnatur zurückfinden möchte, dem Verirrten, was Sinnbild des Menschen ist, das wird in vielen wilden Tieren wiedergespiegelt. Genauso ist es auch mit dem Wetter, das uns umgibt. Das Wetter reagiert auf den menschlichen Geist in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten höchst individuell. Das, was wir an Wetterkapriolen in den letzten Jahren mitbekommen haben, was in den Medien als Umwelt, wie heißt das, wie nennen die das immer? Ich verdränge es ja schon hier, Klimawandel bezeichnet wird. Das ist ganz sicher ein klimatischer Wandel. Allerdings sind die Ursachen nicht jene, welche aus der Industrie propagiert werden über die Politik, damit wir neue, kuriosere Technologien akzeptieren und teuer bezahlen. Nein, diesen Leuten geht das auch gar nicht um Umweltschutz. Denen geht es nur um Profit. Aber da ist eine Dynamik dahinter, wo man nur spekulieren kann, aus welchen Ecken die überall angestoßen wird. Das ist mit Sicherheit auch unterschiedlichster Art. Aber das, was in Wahrheit, hier sind wir wieder bei der Natur, wir müssen das Wort Wahrheit immer mit der Natur verbinden, was in Wahrheit hinter den unglaublichen Wetterereignissen steckt, ist auch schon in verschiedenen ältesten Quellen erklärt. und erklärt sich jeden Tag von selbst, weil es wie eine Art Spiegelbild der menschlichen Seelen ist. Der Mensch mag nicht mehr im Einklang, in der Einigkeit der Natur sein. Er ist aber wohl im Einklang und der Einigkeit eines allumfassenden Egos einer kapitalistischen, selbstzerstörerischen Gesellschaft. Wohl das einzelne Individuum ist höchst friedfertig, etwas verängstigt, leider auch dumm und noch fauler, weswegen es quasi nicht aus dem Quark kommt. Und weil es nichts von Dreieinigkeit weiß und den geheimnisvollen Kräften des Gartens, glaubt es fest an die Dualität und damit es selbst heil bleibt, schweigt es das Arge aus. Es fehlt der Mut, es fehlt der Glaube, es fehlt die Zeit und es fehlt das Geld. Es fehlt auch an Kraft in diesen Zeiten, in denen sich sehr viele Menschen körperlich auf die Probe gestellt fühlen. Aus keinem Wunder. Als die große Flut im Arrtal kam, ich glaube, das ist ja jetzt schon drei Jahre her, ist bestimmt der Hälfte der Bevölkerung aufgefallen, dass überhaupt nicht von den Fluten in Griechenland und im Irak und Iran im Sudan, in Amerika, in Thailand, in China auf der ganzen Welt waren Fluten. Die waren viel schlimmer als das, was man in Deutschland im Arrtal mitbekam. Ich habe fleißig gesammelt an Auslandskorrespondenz über diese Fluten, die monatelang gingen. Die Tagesschau schwieg sich darüber aus. Man wußte nur vom Arrtal, aber nichts von den großen Fluten in der Welt. Und erst nach, glaube ich, drei Monaten mußte sich dann die Tagesschau eingestehen, daß es ja sogar in Belgien und sogar auch in Griechenland Fluten gab. Aber viel mehr getraute man sich nicht, weil es da mit Sicherheit so eine Art Nachrichtensperre gab oder der Puck war höchst fleißig, um den Menschen zu zeigen, wie verlogen und auch gesteuert die Medien sind. Fast die ganze Welt ist abgesoffen vor drei Jahren über bestimmt sieben Monate hinweg. Uns hier in Deutschland hat das kaum getroffen. Uns ging es noch ziemlich gut. Sogar denen im Arrtal, bitte entschuldigt, was ich sage, weil das, was ich international gesehen habe, war weit schlimmer. Aber es geht ja auch nicht darum, wer in welchem Maße Leid tragen mußte. Es geht darum, woher das Wasser kam. Ich erinnere mich, daß meine Mutter sagte, also, es hat doch überhaupt gar nicht so viel geregnet. Wo kommt denn das ganze Wasser her? Und da mußte ich so ein bisschen lachen und sagen, ja, das wissen wir wohl, weil alle die, die die alten Sagen studieren, was ich seit Jahren immer wieder herauf und runter bete und ständig mitbekomme, daß die Leute das nicht machen. Ihr interessiert euch zum größten Teil für bestimmte Beiträge, wo ich euch was erzähle, da gefällt euch meine Stimme, da schreibt ihr auch, da könnt ihr stundenlang zuhören, weiter in der Stimme, und ich fühle mich so gut unterhalten. Aber das hier ist kein Unterhaltungsprogramm. Das hier ist wesentlich tiefer. Und obwohl ich das immer wieder sage, daß ihr mit meinen Worten nichts anfangen könnt, wenn ihr nicht die Sagen der Völker studiert, macht ihr es leider nicht. Ja, und so sagte ich meiner Mutter, du, das ist ganz natürlich. Das Wasser kommt unten aus der Erde raus, aus den sogenannten Pütz. Oh, da hat ja auch der Kai gerade ein Video gemacht. Sogenannte Sinkholes sind schon lange hochinteressant. Im Internet so merkwürdig brechen plötzlich Löcher ein und darin verschwinden Autos, ganze Häuser, ja sogar Stadtarchive mitten in der Stadt. Solche sind als Pütz oder Himmelstore in den Sagen bekannt und lange, lange Zeit, das ist jetzt kein besonderer Moment, so was ist schon oft passiert, wenn die Erde sich auftut und etwas verschlingt. Ganze Berge, ganze Burgen und Schlösser sind auf diese Art und Weise im Erdboden verschwunden. Ja, und der gute Professor Dr. Will-Erich Polkott wollte dem zum Beispiel nachgehen und hat mit seinen Studenten mit Arbeitskreisen sind die sogar hergegangen und haben solch versunkene Schlösser ausgegraben. Ja, wohl auch mit Erfolg. Aber es gab keine große Veröffentlichung dazu. Nicht, daß sie mir bisher bekannt wäre. Auch ich habe in kleinen Untersuchungen festgestellt, daß diese versunkenen Burgen und Schlösser der Wahrheit entsprechen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, daß alles um uns herum lebt und mit uns spricht. Das Wetter. Im vergangenen Jahr fing es schon im Frühjahr an, daß sobald die ersten Tage warm wurden, war das für mich hier im Adland wahrnehmbar und für alle, die mich direkt umgaben, daß es an den einen Tagen so heiß war, daß man nicht hinausgehen konnte. Für mich ist es zumindest so, ich bin so ein Mond- oder Nachtmensch, habe ich die Tage auch erfahren. Ein Mondmensch, der mag die Hitze nicht so. Und am nächsten Tag war es aber wiederum so kalt, daß man auch nicht hinausgehen wollte. Wir haben festgestellt, vorigen Sommer, es war ganz schön, wir waren gar kaum draußen auf der Terrasse im Garten. Da mochte ich es wohl. Da habe ich aber auch ein eigenes kleines Reich mit einem ganz speziellen, eigentümlichen Klima. Aber das erklärt sich ja von selber. Mit dem geheimnisvollen Garten. Aber in der Stadt war das so. Das war schlimm. Zu heiß, zu kalt, zu heiß, zu kalt. Es ging das ganze Jahr so. Und ich sprach laut, »Das Wetter spricht mit uns!« Und alle schauten mich an und im nächsten Moment schauten sie wieder weg. »Ja, aber das ist doch ein Wetter!« Und so, »Ja, sag ich immer, das spricht mit uns!« »Ja, was will es denn sagen?« »Oh, na, was so in uns los ist!« »Das scheint wohl ein Jahr der Entscheidung zu sein!« Die Dualität trat über das Wetter in unser Leben. Hinner, heiß, warm, heiß, warm, kalt, warm. Ja, nein, pro, kontra. Als ginge es darum, daß der Mensch sich auf eine Entscheidung vorbereiten müsse. In den alten Mythologien, die alten Philosophen der Griechen, ach, so ziemlich jeder, auch heute noch im Baltikum, wird im Volksglaube der Donner und der Blitz als Zeichen des Himmels angesehen. Auch die Tiere, die alten Griechen, deuteten den Flug eines Adlers oder einer Taube oder auch eines Spatzen als von den Göttern gesandtes Zeichen. Es versiegt ein Bächlein. Es entspringt ein Quell. Es fällt ein Sonnenschein. Man spürt einen Windzug. Man stolpert über einen Ast oder Stein. Man vernimmt ein merkwürdiges Gefühl. Habt ihr das Geräusch gehört? Mir war, als hätte ich etwas im Augenwinkel gesehen. Was ist das da draußen, daß die ganze Welt zu uns spricht? In jedem Moment. Aber da wir das nicht wissen, nehmen wir es auch nicht wahr. Wir erklären uns das. Wir sind eine Erklärgesellschaft. Die Aufklärung erklärt uns jed Wunder als natürliche Eigenschaft der Physik oder der Chemie, ja gar der Biologie oder der Psychologie. Nein, was für ein Irrsinn! Ihr tötet mir ein jedes Ding, schrieb Rielke. Hört auf, allem Namen zu geben. Jedem Ding, daß ich einen Namen gebe, wird kategorisiert. Ich werde dem nicht mehr nachgehen. Ich muß offen bleiben. Ich muß meine Sinne bereithalten. Ich muß sie schärfen. Was für ein eigentümlicher Geruch ist das? Hat mich da was am Hals gekitzelt? Nein, das ist kein Aberglaube. Das sind die Fründe, die zu uns sprechen, in den Elementen, in den Pflanzen, im Wind, im Wasser, in der Erde. Ein Gefühl, ein Luftdruck. Plötzlich ist es still. Da vorne klang es anders. Ein Rauschen, ein Raunen. Mir war, als hätt ich eine Melodie vernommen. Heute geht es mir nicht gut. Ich hab so Kopfschmerzen. Ich glaub, ich möchte lieber nicht ins Büro. Ich fühle mich unruhig zu Hause, als müßte ich einmal hinausgehen. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Irgendwie hab ich noch Hunger. Ich glaub, ich hab schon zu wenig getrunken heute. Ach, könnten wir doch mal wieder in den Urlaub fahren. Oh, was ist denn das gewesen? Ach, jetzt hab ich den Faden verloren. Der Faden, ja, wo ist denn jetzt der Faden hingefallen? Ach, egal, es wird mir schon wieder einfallen. Merkt ihr, wovon ich spreche? Nichts da draußen. Nichts da draußen. Alles ist Zufall. Es verfolgt uns schier, es läuft uns hinterher, es winkt mit Zaunfählen und ringt um unsere Aufmerksamkeit. Hallo, Menschlein, es ist ganz wichtig, weil wenn du jetzt nicht aufpasst, dann wird es arg in der nächsten Woche. Aber wir vernehmen die Stimme nicht. Man haut uns mit dem Klüppelchen auf den Kopf. Es hämmert und pocht und es piekt. Autsch! Oh, was war das? Ich weiß auch nicht, das hat so geschlochen gerade unten am Fuß. Was ist... Ach, Entschuldigung, Gesundheit. Ach, ja, danke. Wer von euch glaubt, daß ich jetzt vollkommen durchgedreht bin? Und wer von euch hat jetzt eine Gänsehaut? Ich hab's doch immer geahnt, daß irgendwas da im Leben ist. Ich hab das doch schon immer wahrgenommen. Ja, natürlich, wir haben das alle wahrgenommen. Und es ist ganz natürlich, wenn es blubbert in der Badewanne oder der Regen auf dem Dach in manchen Momenten fast wie eine feine Melodie scheint. Glaubt ihr wirklich, daß sei reine Physik und daß Chemie das Biologie und ein psychologisches Merkmal, das sich höchst aufgeklärt erklären lassen kann? Nein, ihr glaubt auch wirklich, ihr müßtet euch fürchten vor dem Staat. Ja, ich hab mich auch lange vor dem Staat geforscht. Nein, ich bin ja ein Ritter. Ich bin mutig. Mein Geist ist mutiger als meine Seele. Oh, da muß ich immer aufpassen, damit mein Seelchen sich nicht fürchtet. Aber es weiß zumindest, daß es sich vor keinem Staat zu fürchten braucht. Es sei denn, der Tim wünscht das. Oh nein, bitte, lieber Tim, vergiß den Mut nicht, vergiß das Beste nicht. Bleib im Glauben an die ewige Güte von Mutter Anbett. Ach, er erinnert sich Gott sei Dank. Das wäre ja beinahe schiefgegangen, und dann hätte der Tim doch eine riesige Rechnung bezahlen müssen, die eigentlich gar nicht echt war. All das erdachte Zeug im geheimnisvollen Garten wird uns schnell zum Verhängnis, weil wir stützen uns ja auch gegenseitig immerhin, hat ja bis auf die Großmutter auch jeder in der Familie bestätigt, seit wir klein waren, bis wir's selber erfahren haben. So ist die Welt nun mal, da müssen wir alle durch. Aber wie war das mit der Großmutter? Was hat die erzählt? Wie schade, daß sie schon gestorben ist. Ich kann mich an die Geschichten an meiner Bettkante kaum noch erinnern. Aber ich habe so ein Gefühl gehabt, daß sie mir vermitteln wollte, daß die Dinge ganz anders sind, wie sie scheinen. Ja, und daß ich das auch am besten nicht mit dem Opa oder mit der Mutter bespreche, weil sie glaubt nicht mehr an das kleine Volk, und ich muß mich auch nicht fürchten, wenn es unter meinem Bett raschelt, weil das ist ein gutes Zeichen. Die Wahrheit um uns herum ist in der Natur zu finden, in der Natur aller Dinge. Alles spricht mit uns und alles ist uns ähnlich. Das ist die Scheinrealität, um die es hier und in den folgenden Beiträgen vor allen Dingen vertieft geht. Und die euch helfen mag, indem sie sich widerlegt, auf meiner Webseite www.der-gute-quell.de Und in diesen Beiträgen. Was ist das also, die Natur? Ja, in meinem Heft Fründe beschreibe ich das ganz gut, so wie die Alten das gesehen und erforscht haben. Sie hatten weit mehr Zeit, als der aufgeklärte Mensch, die Dinge zu verstehen. Vor allen Dingen der aufgeklärte Mensch hat ja auch aufgehört, die Dinge zu klären. Weil er erinnert sich nur noch an Zitate. Wir haben auswendig gelernt in der Schule, auf der Universität. Die Grundsätze haben wir genascht. Die süßen Grundsätze, die uns ein so wohliges Leben bescheren, weil wir sie nicht in Frage stellen müssen. Sie stehen schon bereits im Schulbuch, und der Herr Professor hat uns versichert, daß dies Wissenschaft ist. Tja, vielleicht wären wir doch lieber hinausgegangen und hätten die Dinge noch einmal von Grund auf überprüft. Warum ist der Himmel blau und fällt der Apfel tatsächlich zu Boden? Das Leben des Erdballs und aller Welten Neue Ansichten und Folgerungen aus Tatsachen Von Samuel Christoph Wagner Geschrieben in Berlin, 1828 Leider gibt es dieses Buch nicht als digital. Ich besitze diese originale Erstausgabe, habe aber keine Zeit, sie einzuscannen. Ein Scan eines solchen Buches bedarf mehrerer Arbeit, Tage Arbeit, wenn man das denn dann auch ordentlich scannen möchte. Dieses Buch ist höchst spannend. Es beinhaltet unter anderem auch Karten. Hier ist zum Beispiel vermerkt, wofür sich das Internet interessiert. Wir haben hier eine Karte von einem unglaublichen Naturschauspiel. Man nennt das die Schlammflut. Kein Mensch weiß von der Schlammflut. Ja, weil ihr ja alle gerne im Internet recherchiert. Aber wie ich erklärt habe, ist das ja keine richtige Recherche. Und wie ihr zum Beispiel auch gerade erfahren habt, ist dieses schöne Buch hier bei Google Books nicht vorhanden. Man findet es in keinem Digitalarchiv. Die sogenannte Schlammflut ist sogar mit einer Karte hier eingezeichnet in dem Buch. Und das Ganze hatte auch einen Namen. Ich habe mir den jetzt gar nicht so genau gemerkt. Es war nämlich, es hat so überlebt mit dem Namen, das sogenannte Erdbeben zu Lissabon. Ja, aber eingezeichnet ist es als ein unglaubliches europaweites Naturkatastrophen. Ja, erster Güte. Das Ganze fand wohl 1755 statt. Und wir haben auch aus der Zeit zwischen, ja, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts bis ins früheste 19. Jahrhundert ja schon so eine Art Loch, auch ein literarisches. Das war ungefähr so zu Zeiten Goethes, als Goethe auf die Welt kam. Davor war es relativ still. Ja, und wenn man sich dann anschaut, auf solch einer alten Karte, was dieses Erdbeben zu Lissabon in Europa angerichtet hat, wundert einen das auch nicht, warum man dort, ja, so eine Wissenslücke in dieser Zeit hat, weil die Menschen waren nach solch einem sogenannten Erdbeben wirklich mit Besserem beschäftigt als mit Schreiben oder kulturellen Hinterlassenschaften. Solche Naturkatastrophen gab es viele. Eine der allerschlimmsten, von der ich je gelesen habe, die muß wohl so 1620 ungefähr gewesen sein. Die richtige Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Dort wurde ganz Europa auf den Kopf gestellt. Man war selbst auf den höchsten Gipfeln des Harzes oder auf den hohen Bergen Griechenlands nicht vor den Fluten sicher. So hoch soll das Wasser gekommen sein. Kann man sich das vorstellen? Was ist das eigentlich für eine Welt, die uns umgibt? Die aufgeklärte Welt der Wissenschaft ist es nicht. So weit sind wir schon gekommen. Ja, das wußte auch schon der alte Goethe. Aber er war vorsichtig. Er war auch gesellschaftlich hoch angesehen. Er mußte dann halt so Sachen wie den Faust schreiben, wo er sein Wissen drin verankert hat. Und heute Vormittag erst habe ich ein großes Werk vollbracht. In einer tollen Lesung von Goethes Texten habe ich drei ganz wichtige Erzählungen von Goethe aus dem Netz heruntergeladen, konvertiert und mit einem Kommentar versehen, so dass man versteht, was der gute Goethe uns aus der alten Welt der Elben überliefert hat. Das werde ich auch bald veröffentlichen. In dem Buch Das Leben des Erdballs und aller Welten War denn jetzt so der Titel? Nochmal die Vitrine auf. Das Leben des Erdballs und aller Welten von Samuel Christoph Wagener Wer herkommen möchte und das einscannen, sagt mir Bescheid, findet sich bestimmt einen Moment oder so. Da habe ich auch was zu tun oder so. Und dann kann man sich da hinsetzen und scannen. Wie verrückt würde uns vielleicht alle freuen. Ist beschrieben, was alle Welten und der Erdball eigentlich sind? Ja, der gute Samuel Christoph Wagener, einer der wichtigsten Autoren zu Goethes Zeiten sozusagen, ein Bewahrer des Wissens, wie Friedrich Norg. Der hat sich auch, ja, er war ja auch ein mutiger Mann, aber er wußte auch, wie man die Dinge verpackt, so wie ich auch manches Heftlein oder Büchlein von mir geschrieben habe, in einem ganz besonderen Stil. So ist es auch schön, so bleiben die Dinge frei. Wir wollen nichts behaupten, wir wollen ja keine Unruhe schüren. Wir sind nämlich in der Kraft der Güte. Und dann versuchen wir, die Dinge so ein bisschen, ja, flexibel zu gestalten und angenehm. Und weil der Mensch braust gerne auf. Und das lohnt nicht, das Aufbrausen. Aber die Freude und das Glück und die Güte und die Hilfsbereitschaft, das lohnt wohl. Und wenn wir doch wissen, Daß sich manch ein Menschlein gerne aufhängt an bestimmten Worten, dann können wir ja auch, weil wir ja so weise sind, unsere Worte mit Bedacht wählen. Wir müssen uns ja deswegen nicht verbiegen oder von unserem Glauben trennen. Nein, wir können das schon ganz offen kundtun. Es ist nur immer eine Frage der Worte. Wie sage ich es? Habt ihr schon einmal gehört von den Welten der Feen, von dem geheimnisvollen Garten, in dem die Feen leben, die kleinen Wichtelmännlein, Drachen gar, ganz friedlich mit anderen zusammen, wundersame Tiere, geheimnisvolle Vögel, Paradiesvögel, ja, kuriose Gestalten und Tiere leben in dem geheimnisvollen Garten. Was ist denn der geheimnisvolle Garten? Davon schreibt Samuel Christoph Wagner. Woher kommt denn der Begriff Mutter Erde? Habt ihr schon einmal geschaut nach Ebbe und Flut? Ebbe und Flut? Das Licht des Mondes, die Anziehungskraft des Mondes, soll ganze Ozeane heben, während der Mond ganz klein ist und die Ozeane der Welt riesengroß. Heben und senken sie sich im Schatten des Mondes Tonnen, aber Milliarden von Kubikmetern von Wasser, während das Wasser in meiner Teetasse vollkommen unberührt bleibt. Höchstens mit einem Strohhalm kann ich den Wasserspiegel heben und senken. Aber die liebe Wilbeth, die Mondin, schafft es nicht. Und wenn nun doch Ebbe und Flut das Wasser hebt oder senkt, oder nehmen wir mal an, die Herrenwissenschaftler hätten sich getäuscht und es wäre gar nicht die Mondin, dann müßte doch an allen Küsten, Abschnitten und Buchten sich das Wasser gleichermaßen heben und senken. Tut es aber nicht. Während ein ganzer Küstenabschnitt sich hebt und senkt, gibt es Buchten und Flure oder Regionen an dieser Küste, die unberührt von der Flut bleiben. Und auch unberührt von der Ebbe. Ja, aber Momentchen mal, dann stimmt das doch mit der Physik von Ebbe und Flut nicht. Ja, wer hat denn gesagt, dass das richtig ist? Der Herr Professor war es doch. Ach, wirklich? Ich möchte in Zukunft auch noch näher darauf eingehen, auf Mutter Erde. Weil Samuel Christoph Wagener hat unzählige dieser physikalischen Ereignisse der Welt untersucht und in Frage gestellt. Beziehungsweise sie haben sich selbst ausgehebelt. Die Aufklärung scheint zu wanken und zwar nicht nur ein wenig. Sie liegt längst, gar der Länge nach, dort hingestreckt und regt sich kaum noch. Aber was wäre, wenn wir den Atem von Mutter Erde vernehmen, in Wind und Sturm, wenn sich ihr Brustkorb hebt und senkt und das Wasser bewegt, das uns alle auch im blauen Himmel umgibt? Was wäre, wenn all das, was wir uns ausmalen, absolut irrwitzig wäre, was wäre, wenn einzig ein Feengarten uns umgibt, voller Regenbogen und Wunder? Wäre das so schlimm, müssten wir uns so sehr dagegen auflehnen und sagen, so einen Blödsinn will ich mir gar nicht anhören. Och, schade, weil ich finde die Vorstellung viel angenehmer als das, was da in dem Schulbuch steht. Aber kurios ist, wir können das gar nicht widerlegen, was Christoph Samuel Wagner dort in das Buch schrieb. Und da stehen Dinge drin, die könnt ihr euch kaum vorstellen. Ja, das ist eine tiefe Forschungsarbeit, die ist wirklich erstaunlich. Auszüge daraus habe ich unter anderem auch in einem meiner kuriosen Briefe, die man über elbenpost.de erhält. Momentchen mal hier. Der Träume Schönster. Oh, den muss ich auch mal gleich draußen lassen. Da geht es dann nämlich um das, was um den Garten drumherum ist. Dann hier der andere. Die wahre Form der Erde. Hier habe ich eine Zusammenfassung aus dem Buch von Samuel Christoph Wagner in einem Brief gefasst, den ihr über elbenpost.de bekommen könnt. Und ich möchte doch mal aus dieser Zusammenfassung hier etwas vorlesen. Das muss ich jetzt erst mal finden, wo das denn ist. Es will sich mir gerade gar nicht so genau zeigen. Warte mal. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Jetzt habt ihr schön mal ein bisschen Stille von meiner Erzählung. Ach, jetzt hier. Ich habe es gefunden. Das war an der Stelle, die habe ich gar nicht vermutet. Also ich zitiere aus dem Brief. Im vollen und wohl untermauerten Umfang gehe ich in vielen Abschnitten auch auf die Wassermenge der Meere, die Sintflut, das Dach der Welt, den Magnetismus auf Luftspiegelungen, den Regen, die Luftströme, das Feuer, das Weltall und alle Himmelskörper ein. Donner und Blitz, allerlei Speisen, Versteinerungen, die wilde Jagd, Stürme, brennende Flüsse, blitzende Berge, Krater und Schluchten, Berggeister und Kristalle, der Dampf, das Innere der Erde, ihr Bewusstsein, Vulkane, Blumen, Bienen und andere finden Erwähnung. Drachen, schwimmende Inseln, elastatische Steine, Verwandlungen, Erdbeben, der Scheintod, Luftgeister, Riesenschlangen, Kometen und ihre Schweife, die Denkkraft des Menschen, die Chemie und die Elemente, Schwingung und Gesang, Feuerbälle, Lichtberge, Meereswesen, die Unterwelt, Gletscher, das Häuten der Erde, die Hemmung der Lebenskraft, Himmelsgaben, die Höfe um Sonne und Mond, Wunderstürme, Vorempfindung, Zerstörung, der Erdkörper an sich, kurioses Leuchten in der Tiefe und auch die Nabelschnur des Mondes finden in meinem Buch ihren Platz. Der geheimnisvolle Garten Wer von euch hat Lust, ihn zu besuchen? Schaut einfach vorbei bei mir auf der Webseite der minusgute-quell.de und kommt doch einfach mal mit daraus. Oder geht selbst hinaus und nehmt alle eure Sinne mit und lasst alles andere außerhalb der Sinne zu Haus. Und, ja, wie ich das schon im letzten Beitrag sagte, der Fortgeschrittene kann das auch im Mediamarkt machen. Aber der Anfänger geht besser erst einmal in die Natur. und wenn ihr dann so weit seid, wie ich das in einem ganz wichtigen Beitrag vor schon zwei Jahren oder so was erklärte, das ist dieser Beitrag mit dem Thumbnail, mit dem Baum an dieser alten Mauer, der heißt das Fundament der Sagenforschung. Der ist ganz wichtig. Ach ja, und bevor ihr dann raus geht in den Wald, schaut ihr auch noch den Beitrag Seelentiefe. Das hat ein schwarzes Thumbnail, ist ganz schwarz, Seelentiefe, schaut den auch noch an, damit ihr auch in die richtige Schwingung kommt, wenn ihr in den Wald geht. Also diese beiden Beiträge sind ganz wichtig. Schaut euch die an und dann geht mal da raus und dann vergesst mal alles, was ihr glaubt zu wissen. Und wenn ihr dann wiederkommt, dann schreibt mir doch von euren Erlebnissen. Und wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr mir auch schreiben oder wenn es gar nicht geklappt hat, aber ihr denkt, es könnte doch etwas dran sein, was der Tim da erzählt hat. Um uns herum, um den Garten Erda, gibt es den Garten Eti. Dort leben die Tungal. Das sind in unserem Verhältnis oder unserem Wortschatz sind das die Sterne. Auch sie sind Lebewesen. Sie sind keine fernen Lichter oder Planeten. Sie sind uns sehr, sehr nah. Und so, wie auch die Astrologie uns das schon lehrt, haben sie viele Geschenke für uns bereit. Es gibt einige spannende YouTuber, die beschäftigen sich mit dem, was man durch das Teleskop sehen kann, wenn man die Sterne beobachtet, wenn man sie so in ihrer Bewegung auch beobachtet. Ist auch spannend. so viel nun aber zunächst hier in diesem dritten Teil der Scheinwelt, wo ich auf all die einzelnen Aspekte später in genaueren Beiträgen noch eingehen werde. Und wer das bis dahin nicht aushält, der kann sich gerne bei mir melden. Ich freue mich über Fragen. Oftmals schreiben mir die Menschen oder möchten auch ein Gespräch und wir telefonieren und dann erzähle ich und erzähle ich und erzähle ich und dann denke ich immer warum habt ihr eigentlich keine Fragen? Ich stelle doch fest, dass der Mensch wenig Fragen hat. Da frage ich mich doch manchmal. Traut er sich gar nicht zu fragen, weil das vielleicht nicht wäre. Es könnte suggerieren, dass man vielleicht etwas nicht wisse. Ich liebe nichts mehr, als wenn ich etwas nicht weiß. Und Fragen ist doch was ganz wichtiges. Ich bekomme das doch auch mit, diese Fragen. Wie ist denn das genau mit den Elben und so? Und deswegen habe ich auch das Heftlein Fründe geschrieben. Und nicht nur das. Die anderen sind auch ganz wichtig. Geht hinaus und entdeckt alles neu. Wenn ihr in Hoffnung seid, dass da draußen vielleicht sogar ein wundervolles Leben ist, unbeeinflusst von all dem Irrsinn dieser Zeit, dann sucht danach, lasst nicht locker. Und wenn ihr glaubt, ihr hättet keine Zeit, euch darum zu bemühen, dann lasst einfach das, was euch nicht gut tut, fallen. Auch nicht leicht gesagt. Ist das Leben nicht dafür da, das sagte Paracelsus, das Leben ist dafür da, dass man es lebt und genießt. Es gibt eigentlich nicht wirklich etwas Wichtiges zu tun. Die Arbeit ist nicht die Aufgabe des Menschen. Nein, deswegen waren ja auch die Einzelmännlein in den Kellern. Leider sind sie jetzt weg. Die Aufgabe des Menschen ist eine ganz andere. Aber da kommen wir noch hin. Und es wird euch sehr gefallen. Die Frage ist nur, macht ihr dann mit oder bleibt ihr weiter im Mangel. Bis dahin, ich danke euch herzlich für euer Zuhören und dass ihr nicht allzu laut über den ganzen Quatsch gelacht habt, den ich hier von mir gebe. Ich ulkige Gestalt. Ich danke euch auch sehr für eure Unterstützung, die möglich macht, all dieses Wissen zusammen zu tragen und auch zu veröffentlichen. Vielen herzlichen Dank. Einen Link zu meinem PayPal-Konto findet ihr unten drunter und auf Anfrage per Mail gebe ich sehr gerne auch meine Bankverbindung weiter, weil ich mache das den ganzen Tag lang, voll beruflich, seit vielen Jahren und ich muss viel lesen und viele E-Mails beantworten. Vielen lieben Dank, bis bald, bis zum nächsten Teil, Tschüss.